Mit unseren Luxus Lashes Flair Wimpern hilfst du dir über die nächsten drei bis sechs Wochen, wenn deine Stylist in Pause hat. Feinste Wimpern auf einem kleinen Steg ermöglichen dir, deine ausgefallenen Wimpern wieder zu füllen. Sie sind einfach zum Aufnehmen und kaschieren somit Lücken und halten bis zu drei Tage. Einfach an die Wimpern aufkleben und trocknen lassen, damit auch du wieder einen schönen Augenaufschlag hast. In unserem Online-Shop findest du unsere Wimpern, unsere Kosmetik und auch Desinfektionsmittel. Bleib gesund!